Fragst du dich, wie du als Mama entspannter und gelassener werden kannst, dann schau hier weiter. Genau dafür gibt es meine Online-Meditationskurse. Dort lernst du zu meditieren, aber du lernst auch dir in sechs Wochen deine persönliche individuelle Meditationsroutine zu kreieren, die auf dich und deinen Mama-Alltag passt. Du hast sechs Module mit jeweils verschiedenen Meditationen, die du für dich nutzen kannst. Zusätzlich zu den Meditationen bekommst du hilfreiche Tipps, die dir das Meditieren erleichtern und die dich dabei unterstützen, deine Meditationsroutine für deinen Alltag zu finden. Völlig egal, ob du schon mal meditiert hast oder vielleicht sogar von dir selbst behauptest, dass du gar nicht meditieren kannst, in sechs Wochen wirst du mit diesen Meditationskursen eine Meditationsroutine haben. Perfekt auf deinen Mama-Alltag abgestimmt mit Kurzmeditationen, die sich super in deinen Alltag integrieren lassen. Wenn du regelmäßig meditierst, reduzierst du deinen Stress, du wirst ruhiger und gelassener, du kannst besser schlafen, du kannst besser mit deinen Angstzuständen umgehen, du bekommst Ruhe und Frieden in deinen Kopf und kannst besser abschalten und dich besser konzentrieren. Wenn du dich also fragst, wie du als Mama entspannter und gelassener werden kannst, dann klick jetzt den Link in meiner Bio und sichere dir einen meiner Meditationskurse.